Hallo und herzlich willkommen zum fünften Kapitel der Fanfiction, ob du willst oder nicht, jetzt komme ich. Viel Spaß. Valentin hielt den Wagen. Hadi starrte auf das Gebäude, in dem sein Freund wohnte. Danke fürs Heimfahren. Kein Thema. Valentin schien etwas anhängen zu wollen, doch er schwieg. Hadi wäre lieber mit dem Blondschopf mitgefahren. Die Zeit bei Valentin hatte er sehr genossen. Am liebsten hätte er sich von ihm zu ihm gebeugt und ihm einen Abschiedskuss gegeben. Doch das konnte er sich nicht erlauben. So nickte er und stieg aus. Er sah Valentin hinterher, als dieser wegfuhr und drückte wenig später auf einen Klingelknopf. Als er das Stockwerk erklommen hatte und an die Wohnungstür trat, öffnete Chris um und armte ihn. Jag uns bitte nie wieder so einen Schrecken ein. Wir dachten schon, dir wäre was passiert. Gemeinsam traten sie in den Flur, wo Brahmin und Peter standen. Das ist doch wieder typisch. Er macht sich bei Valle einen schönen Abend und hält es noch nicht mal für nötig, sich zu melden, kam es gespielt im Pört von Peter. Seid ihr in brennender Lust übereinander hergefallen, kam es dramatisch und brammen und alle bis auf Hadi lachten. Ich habe bei ihm übernachtet, na und? Bemerkte Hadi leicht gereizt. Überrascht sahen ihn seine Freunde an. Das war doch mal ein Spaß, Hadi, entspann dich. Sonst bist du doch auch mal für sowas zu haben. Vielleicht hat ihn Valle ja nicht herangelassen, meinte Peter trocken. Könntet ihr mal aufhören eure perversen Gedanken auf Valle um mich abzuwälzen? Er hat mir angeboten, bei ihm zu übernachten, wenn mir eure Adresse nicht eingefallen ist. Das war sehr nett von ihm, betonte Hadi. Seine Freunde prusteten los. Es kommt mir nur so vor. Oder nimmst du gerade den guten Valentinetschutz? Ist da was passiert, von dem wir nichts wissen sollen? Mit verdrehten Augen wanderte Hadi an den drei vorbei und verzog sich in das Gästezimmer. Er brauchte Zeit für sich zum Nachdenken. Warum fühlte er sich plötzlich so angegriffen dabei? Sonst wäre er sofort auf die Späße eingestiegen. Aber jetzt? Lag es vielleicht daran, dass er einfach nicht wusste, ob zwischen ihm und Valle gestern Nacht was gewesen ist? In seinem Kopf schossen wieder Erinnerungsfetzen. Wie er auf Valentin setzt, sein Mund, der über den Bauch seines Freundes fuhr und ihn mit hungrigen Küssen bedeckte. War das wirklich passiert? Weitere Erinnerungen. Ihre Lippen trafen sich. Erwartungsvoll starrte ihn Valle von unten an. Kopfschüttelnd ließ er sich aus Bett fallen. Hadi wäre es ja ganz recht, wenn diese Fetzen echte Erinnerungen wären. Doch wie stand es mit Valentin? Das Kribbeln in seinem Inneren hatte mit den Erinnerungen zugenommen. Lächelnd legte er die Hände auf den Bauch. Wie seine Freunde wohl reagieren würden, sollten sie jemals erfahren, dass er auf Männer stand und vor allem auf Valentin? Ein Plan nahm Gestalt an und Hadi wusste, dass dieser Plan entweder gelingen oder scheitern konnte. Er hatte akzeptiert, dass er an Valentin verliebt war und jetzt würde er versuchen, Valentins Herz für sich zu umbringen. Szenenwechsel Valentins Sicht Zum Glück hatte er vor Eriks Wohnung sofort einen Parkplatz gefunden. Im Spiegel betrachtet er den Knutfleck an seinem Hals, erinnerungsfetzen stoben auf. Wie er mit Hadi auf der Couch lag, ihre Lippen trafen sich zu einem sinnlichen Kuss. Sofort schob er die Gedanken beiseite. Was war denn los mit ihm? Solche Gedanken stoben schon die ganze Zeit auf. Sollten Hadi und er wirklich? Er dachte den Gedanken nicht zu Ende. Es war einfach zu absurd. Er stieg aus dem Auto und sperrte dieses ab. Als er bei Eriks Namen klingelte, ertönte der Türsommer und Valentin betrat das Gebäude. Hadi war genauso wenig schwul wie er selbst, dachte Valentin und betrat das Treppenhaus. Woher kamen also diese Gedanken? Und warum jagten sie nur lege Schaube über den Rücken? Was hatte das zu bedeuten? Erik öffnete die Türen, wollte er ihn gerade umarmen, als er im Blick auf den Knutfleck fiel. Wer hat dich denn so zugerichtet? lachte der Halbruße und trat zurück, damit Valentin in die Wohnung treten konnte. Gemeinsam wanderten sie in Eriks Wohnzimmer und machten es sich gemütlich. Während Erik die X-Box startete, wanderte sein Blick wieder zu dem Knutfleck und er begann zum Grimsen. Was ist? War das vielleicht der gute Hadi? Valentin schüttelte den Kopf. An was du wieder denkst? Was denn? Man wird ja aber fragen dürfen. Ein einfaches Nein hätte es auch getan. Nein! Valentin war erst aufgefallen, dass sie unsicher wirkte, als Erik lospustete. Du weißt es nicht? Wie wärst du bitte gestern noch getrunken? Geht es Hadi genauso? Es brachte nicht nur Vorteile, mit jemandem so lange befreundet zu sein, wie mit Erik. Valentin nickte und sein Freund lachte wieder los. Wenn sehe ich das richtig, selbst wenn es Hadi gewesen wäre, ihr beide könnt euch nicht daran erinnern? Warum denkst du, dass es Hadi war? Erik ließ die Frage unbeantwortet, nahm den Controller zur Hand. Er ladete den Speicherpunkt und sah wieder zu Valentin. Bist du dir sicher, dass es zwischen euch nicht mehr war? Erik, bitte, fang jetzt nicht damit an. Ich bin nicht schwul und Hadi genauso wenig. Ja, wir haben gestern beide zu viel getrunken und können uns nicht mehr erinnern. Aber deshalb muss man doch nicht gleich davon ausgehen, dass... Valentin wurde still. Vale? Bilder stoben durch Valentins Kopf. Er sah sich und Hadi. Hadi saß auf ihm und sie küssten sich. Die Hände des Brünetten waren unter Valentins T-Shirt gerutscht. Erik riss Valentin aus den Gedanken. Vale, alles in Ordnung? Der Blond schaubhob den Kopf und nickte. Ja, nein, ach, keine Ahnung. Wenn du reden willst, ich bin da, das weißt du. Valentin nickte. Ich weiß. Vielen Dank fürs Zuhören. Und vielleicht hört man sich im nächsten Kapitel. Eure Blacksense.